Lernen mit Kopf, Herz und Hand jeden Tag Sekundarschule, Lage macht für die Zukunft stark Wir sind zwei Standort, also nicht am selben Ort Uns bekommt man aus, der Schullandschaft nicht fort Schule ohne Rassismus Schule mit Courage, Multikultiv, gemeinsam stark, keine Frage Zehn Jahre ist unsere Schule am Start Sekundarschule bringt unser Leben in Fahrt Lernen mit Kopf, Hand und Herz jeden Tag und machen uns für das Leben stark Zehn Jahre ist unsere Schule am Start Sekundarschule bringt unser Leben in Fahrt Lernen mit Kopf, Hand und Herz jeden Tag und machen uns für das Leben stark Lernen mit Kopf, Herz und Hand jeden Tag Sekundarschule, Lage macht für die Zukunft stark Wir sind zwei Standort, also nicht am selben Ort Uns bekommt man aus, der Schullandschaft nicht fort Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, Multikultiv, gemeinsam stark, keine Frage MINT wird bei uns groß geschrieben, WPO und Lernbüro sind zum Verlieben Viele meiner Freunde gehen in meine Klasse, wir alle gehören zu den richtig krassen Wir gehen dreimal auf eine Klassenfahrt, das finden wir alle richtig stark Einen guten Hausmesser gibt es nicht überall, doch an unsere Schule auf jeden Fall Wir spielen auf den Fußballfeld und unser Direktor ist unser Held Zehn Jahre ist unsere Schule am Start Sekundarschule bringt unser Leben in Fahrt Lernen mit Kopf, Hand und Herz jeden Tag und machen uns für das Leben stark Zehn Jahre ist unsere Schule am Start Sekundarschule bringt unser Leben in Fahrt Lernen mit Kopf, Hand und Herz jeden Tag und machen uns für das Leben stark Bei uns läuft der Alltag Hand in Hand, so fahren wir den Schultag nicht vor die Wand Digitalisierung ist bei uns angekommen, das neue Zeital ist bei uns angenommen Bei uns kannst du sein, wer du bist und bist du nicht da, wirst du vermisst Berufsorientierung, Praktikum, na klar, Schüler, Zeitung und Radio, du bist der Star Respektvoll geht man bei uns immer um, kennst du keinen Respekt, sei besser stumm Und ist dein Leben auch manchmal hart, nette Lehrer sind für dich da Deine Talente wird unsere Schule nicht nur verwalten, Hand in Hand kreatives Gestalten Bei uns wirst du einen guten Abschluss machen, dann kannst du später einen guten Job machen Zehn Jahre ist unsere Schule am Start Sekundarschule bringt unser Leben in Fahrt Lernen mit Kopf, Hand und Herz jeden Tag und machen uns für das Leben stark Zehn Jahre ist unsere Schule am Start Sekundarschule bringt unser Leben in Fahrt Lernen mit Kopf, Hand und Herz jeden Tag und machen uns für das Leben stark Vielen Dank.